Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Bitte schön, ist es eben durchgekommen. Vielen Dank, Frau Jürgen. Das Telekom von Göring. Ja. Er schreibt, mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme. Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Es ist Landesverrat. Und Verrat an Ihrer Person. Görings Sorge ist nicht so unberechtigt. Wenn unsere Kommunikationssysteme zusammenbrechen, und das kann stündlich geschehen, dann sind wir in der Tat von der Welt abgeschnitten. Befehle und Anweisungen können dann nicht mehr übermittelt werden. Ich sehe das anders. Göring will die Macht an sich reißen. Diese Mischburke, die sich am Obersalzberg um ihn rottet, war mir noch nie geheuer. Das riecht nach Putsch. Ich will, dass Göring sofort entmachtet wird und alle Mütter aufgibt. Für den Fall, dass ich den Krieg nicht überstehe, ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. Ich bin des Ausgangs-Sehrsägen. Ich bin der Lied des Ausgangs-Sehrsägen. Und der Lied des Ausgangs-Sehrsägen durch. die ich sage das ist ein das ja 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 Ich bin der Führer. Ich bin der Führer. Ich bin der Führer. Ich bin der Führer. Das ist doch Soldatentratsch. Kein Mensch glaubt wirklich, dass der Bärenjude ein Golem ist. Und wenn doch, die schlüpfen uns doch ständig durch die Finger wie Gespenster, die nach Belieben ersteinen und verschwinden können. Sie wollen beweisen, dass sie aus Fleisch und Blut sind. Dann bringen Sie sie mir. Ich werde sie nackt an ihren Füßen am Eiffelturm aufhängen und ihre Leichen in die Kanalisation werfen lassen, dass die Ratten von Paris sich an ihnen mästen. Die Schlachten meiner Männer, die fliegen. Kennen Sie schon das neueste Gerücht, das hier in ihrem angstgetriebenen Wahn verbreiten? Der, der meine Männer mit einem Prügeltog schlägt, der, den man Bärenjude nennt, soll ein Golem sein. Und dann werden sie mit einem Schlecht. 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 Und dann werden sie mit einem Schlecht.